Das war alles ein Stück Abend, aber ich bin dran, neun, zehn, wo ist der Gottesdienst? Ich habe noch ein paar Minuten losgegeben, und zwar gehen die Senioren in den Tag 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ins Gutenplatz und in den ersten Platz, dann steckte ich da ins Gutenplatz. Das ist ein Geburtstag. Vielen Dank.